Einen wundervollen guten Tag wünsche ich herzlich willkommen zurück auf Monkey Island, in Monkey Island, auf, äh, nicht Skurvy Island, wo bin ich eigentlich gerade? Ich bin auf Melee Island, ja, da ist es. Ich habe ja sogar meine Seekarte und ich kann anscheinend auch einfach random die Seekarte nutzen, alles klar. Ich gucke nochmal, ob ich vielleicht hier nochmal was finde, weil... Okay, ich habe jetzt sonst keinen Menüpunkt mehr gefunden, ich habe eigentlich gedacht, ich kriege hier vielleicht nochmal was. Aber hier wollte ich auch nicht hin. Ich wollte hier hin, ich wollte mir ja Fisch besorgen. Tag auch. Ich würde gerne Fisch kaufen. Ich würde gerne Fisch kaufen. Ich meine mich daran zu erinnern, dass es Bückling war, oder? Bückling, hier ist eine Kiste voll, das sollte reichen. Soll ich eine Rechnung für dich aufmachen? Klar, danke. Okay, alles klar, mach eine Rechnung für mich auf, Dankeschön. Okay, wir haben den Bückling. Das heißt, wir können jetzt, wo ich herausgefunden habe, dass man direkt auch auf das Ganze hier wechseln kann. Einmal wieder hoch. Nein, nicht aufs Schiff. Das ist auch direkt daneben, ne? Zack, einmal da rein. Ich meine, es ist jetzt nicht die ganze Zeit abgeschlossen. Und zum Fisch. Ich habe ihn jetzt zumindest. Ich weiß nicht, ob ich irgendeine Taktik brauche. Aber zumindest können wir den Fisch jetzt in den Eimer machen. Und das heißt... Zumindest können wir jetzt versuchen, den Wettbewerb zu gewinnen. Auf dem Stuhl des Verteidigers sitzt der gusseiserne Magen von Odina der Neunten, der amtierenden Königin von Brrrrmuda und unangefochtenen Meisterin der Herzhaftigkeit. Noch. Und auf dem Stuhl des Herausforderers, der den ganzen Weg aus der südlichen Karibik zurückgelegt hat und noch im Besitz fast aller seiner ursprünglichen Zähne ist, sitzt der Neuling Guybrush Threepwood. Jeder von ihnen wählt nun seinen ersten Fisch und legt ihn auf den Teller vorsichtig. Ja. Okay. Der sieht gut aus. Oh. Und jetzt möge das Essen beginnen. Komm rein da. Schön mit dem Messer und Gabel. Es fühlt sich an, als würde er in meiner Kehle zappeln. Meine Damen und Herren, die Gewinnerin und amtierende Champion, Königin Odina. Okay. Einfach nur den Fisch nachfüllen hat es jetzt nicht unbedingt gebracht. Das hätte ich nicht erwartet. Das ist natürlich ein bisschen blöd jetzt. Warte mal, kann ich in dem Raum irgendwie was präparieren? Habe ich vielleicht irgendwas? Bücklinge inspizieren. Ja, okay. Kann ich die vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, ein paar Schuppen von weg machen? Messer? Naja. Okay, ich habe auf jeden Fall den Fisch. Das ist jetzt nur die Sache, wie ich ihn runterbekomme einfacher. Oder kann ich mir irgendwie mit Wachs meine Speiseröhre auskleiden, so wie Homer? Das wäre auf jeden Fall auch nochmal was Einfaches, oder? Warte mal. Ja, okay. Ich kann die nur inspizieren. Ich kann sie jetzt nicht die ganze Zeit Probe essen. Zutaten. Es ist ein Kochbuch. Es hat vier Sterne, aber es sieht so aus, als ob sie für die Schwierigkeit stehen. Warte mal hier. Ein Eimer, der bis zum Rand mit verrotteten Fischgräten gefüllt ist. Theoretisch könnte ich einfach sagen, ich habe den irgendwann mal aus, oder ich tausche den irgendwann mal aus. Aber ich glaube nicht, dass das das Ziel des Ganzen ist. Ich frage am besten einfach nochmal die Profis. Ich gehe aber immer wieder falsch. So, hier. Nein, nicht, 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 nicht. Fragen wir doch am besten nochmal nach. Gegen einen anderen eintauschen. Angelplatz. Ich erinnere mich, ob ich jetzt etwas finden soll. Ähm. Ich denke, ich werde mir den heutigen Fang ansehen. Du wirst keinen besseren finden. Heutigen Sonderangebote. Fisch bestellen. Kann ich einen Fisch gegeneinander eintauschen? Ja, okay, der macht das selber. Ich werde mir den heutigen Fang ansehen. Du wirst keinen besseren finden. Okay, und das ist einfach eine Person. Okay. Interesse an Sushi zeigen. Womit füttert ihr sie? Sie füttern? Hm. Weil sie hat ja auch irgendwas von Sushi gerät, aber da meint sie halt einfach Bohnenfisch. Also nicht, dass ich den kleinen Fisch jetzt essen soll und dann so, haha, ich habe, das würde, glaube ich, sogar auffallen. Ich suche jetzt gerade tatsächlich nach einer Lösung, wie ich vielleicht den Fisch verschmackhafter machen kann. Warte mal, kann ich lieber metten? Nein. Ist der Koch vielleicht hier? Hast du das Erdbeben gespürt? Ich war zu sehr damit beschäftigt, um mein Leben zu rennen. Nein, kann ich nicht. Gemütlich? Wann ist meine Mittagspause? Wie von der Gilde der Gallionsfiguren vorgeschrieben. Hast du dir das gerade ausgedacht? Eine gute Gilde beginnt mit einer Idee. Ja, das ist absolut richtig. Das ist bei Rollenspielen nicht anders. Da ist es nicht. Ich habe irgendwie keinen Bock auf Terror Island, wenn ich ehrlich bin. Aber irgendwann wird es wahrscheinlich dann dazu kommen müssen. Also mir fehlt ein Witzebuch. Oder ein guter Witz. Und mir fehlt, was weiß ich, Gewürze oder irgendwas, was ich mit dem Fisch machen kann. Kann ich den vielleicht einfrieren? Oder muss ich hier einfach nur mit lang genug rumlaufen, damit der irgendwann gefriert? Und ich dann... Warte mal, drüben ist halt, wenn dann noch das Feuer an. Vielleicht kann ich den Fisch grillen oder so. Der ist halt nicht mehr roh, aber... Na gut, es muss roher Fisch sein. Wie kann ich denn am besten bescheißen? Das ist so die Kernesenz von dem Ganzen. Ansonsten gehe ich mal zum Knast und gucke mal, ob vielleicht finde ich Stan wenigstens. Gibt es etwas Besonderes an diesem Stumpf? Nein. Warum? Er war markiert, also dachte ich, dass es vielleicht einen tollen Gag über eine geheime Öffnung zu einem Tunnelsystem oder so etwas geben würde. Bitte machen Sie keine Witze über Tunnel neben dem Gefängnis, Sir. Okay. Helfen Tunnel drunter. Moin. Hallo. Besteht die Möglichkeit, dass ich in den Steinbruch reinkomme? Nicht viele versuchen hier reinzukommen. Nur raus. Ja gut, ich wollte es heute mal nachfragen. Ähm, Führung. Auch Eishändler. Ja. Ich bin ein Eishändler und untersuche die Bezugsmöglichkeiten. Das müssen Sie mit der Hauptverwaltung klären, die sich nicht im Steinbruch befindet. Die einzigen Menschen, die das Gebäude betreten dürfen, sind die Gefangene. Und ich nehme an, auch die Leute, die Gefangene besuchen. Aber das tut niemand. Äh, ich? Ich würde gern einen Gefangenen besuchen, bitte. Wir haben zwar eine Besuchsregelung, aber die ist ziemlich streng. Wen wollen Sie hier sehen? Stan. Stan. Wir haben tatsächlich einen Stan. Ja. Ich bin ein wenig überrascht, dass er einen Besucher hat. Können Sie beweisen, dass Sie ihn kennen? Ich kann ihn beschreiben. Laute Jacke. Hört nie auf, seine Arme zu bewegen. Oder seine Lippen. Das klingt zwar nach ihm, aber ich muss erst einmal konkrete Beweise sehen. Können Sie mir einfach etwas, das zeigt, dass Sie beide jemals zusammen in einem Raum waren. Okay. In dieser Weise kann ich meinem Pfarr, äh, meinem Chef sagen, dass ich meine Arbeit getan habe. Mhm, meinem Pfarr. Mhm, 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 mhm. Gut, dann, äh, mir gefällt es zwar nicht, was jetzt... Ich würde das zwar lieber mit Elaine dann kombinieren, aber so ist doch auch völlig in Ordnung. Nehmen wir dieses. Was halten Sie von diesem Bild, das mich und meinen sehr lieben Freund Stan zusammen zeigt? Wir haben es bei einem Treffen unseres örtlichen Bisamrattenclubs malen lassen. Sie sehen aus, als stünden Sie sich sehr nahe. In Ordnung. Sie können reingehen und ihn sehen, aber keine Fluchtversuche. Daran würde ich nicht einmal im Traum denken. Sie wollen nicht direkt dort stehen, wenn ich das Tor öffne. Stellen Sie sich neben einen Stumpf. Ist es uns erschlagen, oder was? Okay, das ist ein... Okay. Ich wollte gerade sagen, sehr langsames Tor, aber danach dann nicht mehr. Okay, wir dürfen rein. Nachdem wir das Foto gesehen haben... Okay, hier ist einiges los. Hallo. Weißt du, wo Stan ist? Ganz hinten. Natürlich. Redet ihr... Weißt du, wo Stan ist? Ganz hinten. Nee, ganz hinten. Kennst du Stan? Er ist in der hinteren Ecke. Okay, dann gehe ich mal in die hintere Ecke. Hast du Stan gesehen? Ganz hinten. Na komm, dich dann auch noch. Weißt du, wo Stan ist? Geh weiter. Du wirst ihn finden. Ganz hinten. Nehme ich an. Lauter Typ. Großer Hut. Ganz hinten. Lauter Typ. Großer Hut. Geh weiter. Du wirst ihn finden. Lauter Typ. Großer Hut. Geh weiter. Geh weiter. Du wirst ihn finden. Geh weiter. Ganz hinten. Ich spreche jetzt jeden an, selbst wenn ich Stan sehe. Hast du Stan gesehen? Er ist in der hinteren Ecke. In der hinteren Ecke. Kennst du Stan? Er ist in der hinteren Ecke. Das ist doch Synchronstimmenverwertung, oder nicht? Ganz hinten. Lauter Typ. Großer Hut. Ganz hinten. Lauter Typ. Großer Hut. Ganz hinten. Lauter Typ. Großer Hut. Gleich hinter dem Tunnel. Weißt du, wo Stan ist? Gleich hinter dem Tunnel. Jeden einzelnen. Lauter Typ. Großer Hut. Gleich hinter dem Tunnel. Hast du Stan gesehen? Er ist in der hinteren Ecke. Weißt du, wo Stan ist? Geh weiter. Du wirst ihn finden. Ich freue mich auch gerade, ob das einfach dieselben Stimmen immer sind. Also dieselben Sprecher, die einfach ihre Stimme feststellen, was ich auch cool fände. Ganz hinten. Also manchmal auf jeden Fall nicht. Oh, hier sind Fesseln. Kann ich die mitnehmen? Sieht so aus, als hätten sie Platz für einen weiteren Gefangenen. Da hinten ist er übrigens und er hat einen passenden Anzug an tatsächlich. Das ist geil. Weißt du, wo Stan ist? Hinter dir. Hinter dir. Hast du Stan gesehen? Geradeaus. Hinter dir ganz hinten geradeaus. Ich glaube, ich habe mit jedem gesprochen. Stan, mein guter. Hey Stan. Hallo mein Junge. Schön, dich zu sehen. Weswegen bist du hier? Piraterie. Etwa fünf bis zehn. Du meinst wie lange? Etwa fünf bis zehn. Minuten oder Stunden. Sekunden. Es sieht nicht so aus, als würdest du mehr als das schaffen. Nein, du hast den Blick eines Mannes, der es weit bringen wird und der diese Orte vielleicht schmücken möchte, wenn er dort ankommt. Ich möchte, dass du über diese zwei Worte nachdenkst. Eis. Skulptur. Getrennt voneinander sind sie aufregend. Stärke. Eleganz. Und Transparenz. Zusammen können sie Leben verändern. Die Kälte der Art ist kombiniert mit dem Glanz der Avantgarde. Die Natur ist dann nicht heute. Warte nicht so lange. Sie gehen weg wie warme Semmeln. Ah, okay. Äh, wie wäre es, wenn ich dich hier raushole? Ich bin auf der Jagd dann gar nicht so. Ja, das ist wirklich ruhig. Ja, ich bin auf der Jagd nach dem Geheimnis von Monkey Island. Gut für dich, Junge. Der Geschäftsschluss kommt für uns alle viel zu früh. Du musst alle Snacks probieren, die du kriegen kannst, bevor es soweit ist. Wie wäre es, wenn ich dich hier raushole? Ist es wirklich ruhig? Hier ist es wirklich ruhig. So hört sich Produktivität an. Wie wäre es, wenn ich dich hier raushole? Ich kenne vielleicht eine kompetente Schlosserin, die sich um diese Fesseln kümmert. Oh nein, mein Junge. Ich kann nicht flüchten. Das wäre nicht klug. Ich bin ja nur für einen Monat hier. Ich habe eine Kopie der richterlichen Anordnung hier. Nehmen wir mal. Richtliche Anordnung, beziehungsweise Bermuda. Richter Plank hat den Vorsitz. Es wird hiermit angeordnet, dass der angeklagte Smiling Stan S. Stanman zur Zwangsarbeit im Eissteinbuch von Bermuda verurteilt wird für die leider triviale Zeit von einem Monat. Ja, ich bin wirklich glimpflich davon gekommen. Zum Glück haben sie mein Schneeballsystem nie aufgedeckt. Sonst hätte ich wahrscheinlich zehn Jahre gesessen. Kann ich den richtigen Beschuss den Typen auf der Insel zeigen, dass der vielleicht keine Angst mehr hat? So, mal gucken. Erzähl mir doch mal davon. Erzähl mir mehr über das Schneeballsystem, das du erwähnt hast. Ehrlich gesagt weiß ich nicht, warum das Gesetz so eine große Sache daraus macht. Es ist einfach kreativer Umgang mit Geld. Ja, du. Einfach, wenn du weißt, was du mit den Zahlen machen kannst. Das Übliche halt, ne? Buchhalter, Ned Filigree. Er ist ein Genie mit diesem Zeug. Wenn sie jemals seine Unterlagen sehen würden. Nun sagen wir mal so. Das Erste, was ich mache, wenn ich rauskomme, ist, den ganzen Papierkram zu verbrennen. Ah, okay. Er will den Papierkram. Okay, okay, okay. Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Bist du sicher, dass du nicht willst, dass ich dich befreie? Wie ich schon sagte, bin ich in einem Monat sowieso raus. Bis dahin komme ich mit den Fesseln klar. Na dann. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsier dich gut, mein Junge. Warte mal, habe ich nicht... Es ist eine alte Holzzahnbürste mit stark ausgefransten Borsten, die ich in Stans Werft gefunden habe. Kann ich sagen, habe ich die nicht von ihm? Vielleicht will er die haben. Ich meine, kann... Ah, guck mal, kann im Knast auf jeden Fall hilfreich werden. Stan, ich glaube, das ist deine Zahnbürste. Süßer Lebkuchen-Kuchen. Das ist die alte Bessie, ganz recht. Die alte Bessie. Ihr sehr dankbar. Kein Thema. Gut, dann würde ich sagen... Okay, dafür hat es sich alleine schon gelohnt. Hat zwar sonst nichts gebracht, aber ein Erfolg hat es freigeschaltet. Ähm, ich werde nochmal zu dem Buchhalter fahren, glaube ich. Heißt, hier einmal raus, weil ich darf ja ein- und ausgehen. Ich bin da nur zu Besuch. Und einmal auf die Insel. Halt! Bist du sicher, dass du nicht verfolgt wurdest? Wir sind sicher. Niemand ist jemals hundertprozentig sicher. Hier, guck mal. Oh, okay. Dieser Gerichtsbeschluss im Verfahren gegen Stan S. Stanman könnte dich interessieren. Oh, was ist das? Nur ein Monat? Oh nein! Okay, er ist jetzt eigentlich beschäftigt. Komm, nimm dir das... Ich brauche das Bild. Kann ich dir beim Packen helfen? Ich komme schon klar. Bring die Beweise einfach vor das Gericht auf Bramuda. Okay. Das ist nur die Sache. Muss ich die wirklich da hinbringen oder gebe ich die Stan? Äh, Königin, Königin, Königin. Allein helfen. Oh Gott, das ist jetzt alles viel zu kompliziert geworden hier. Okay. Wir fahren einmal nochmal hier hoch. Ich werde auf jeden Fall erstmal mit Stan darüber reden, glaube ich. Was ist los, Stan, mein Mann? Hey, Stan. Hallo, mein Junge. Stan, mein Mann. Ich glaube, ich schaue mich ein bisschen um. Amüsiert. Ich will mich nicht umschauen. Ich will dir die Beweise zeigen, bevor ich damit zum Gericht gehe. Ich könnte wegen Beihilfe ins Gefängnis kommen, wenn ich sie Stan gebe. Es ist besser, sie den Behörden zu übergeben, wie nett es wollte. Ja, okay. Dann machen wir halt das. Sind wir mal brave Bürger von Bramuda. Und schmeißen unseren guten Freund Stan einfach in eine tiefe, tiefe Schlucht, aus der er nie wieder herauskommt. Guck mal hier. Euer Ehren, ich lege diese höchst nachteiligen und belastenden Finanzdokumente als Beweisstück A im Fall alle gegen Stan vor. Die Beweise sind eingegangen. Das Gericht verlangt, dass Ned Filigree eine eidesstattliche Erklärung abgibt, wenn diese Beweise akzeptiert werden sollen. Ned Filigree? Wo kriege ich denn den da? Für das Gericht kann ich erklären, dass ich Ned Filigree bin. Dieses Gericht kann anhand von Zolldokumenten feststellen, dass ihr Name tatsächlich Herr Guybrush Threepwood ist. Ach scheiße, ich hätte ihn einfach Ned Filigree ein, aber konnte ich ja nicht. Ich führe meine Buchhaltung aus steuerlichen Gründen unter einem Pseudonym. Natürlich. In Anbetracht dieser neuen Beweise verurteile ich Stan hiermit zu zehn Jahren Zwangsarbeit im Eissteinbruch. Ohne Aussicht auf Bewährung. Bitte bewahren Sie diese rechtsverbindlichen Dokumente für Ihre Unterlagen auf. Das ist viel zu viel Büro, hat die seit ein paar Folgen hier. Äh, Bermuda richtet der Vorsitz. Äh, angesichts der neuen Beweise hat der angeklagte Smeinstein an Stan Mann die harte Arbeit im Bermuda-Einsteinbruch vorzusetzen für den köstlich passenden und langen Zeitraum von ZERN. Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen blöd. Nur die Sache ist, Stan wird jetzt höchstwahrscheinlich darauf hören, dass ich ihn da rausholen will, weil es ist ja nicht mehr nur ein Monat. So, wir hätten natürlich auch nur einen Monat warten können. Ich hätte gut Bock im Schnitt mal nachzugucken. Wenn ich ehrlich bin. Mal irgendwie ein Kästchen ziehen und dann wirklich mal nachmessen. Wärte ich wahrscheinlich auch tun. So. Das Bild bewerten. Denn. Guck mal da. Da ist der Buchhalter. Ist nur die Frage, was ich jetzt mit dem Bild mache. Aber na gut. Vielleicht hilft mir das nochmal ein bisschen weiter in der ganzen Sache mit Stan. Okay. Wir gehen nochmal in den Knast und sagen Stan von seinem Glück. Übrigens. Ich habe eine beunruhigende Nachricht zu deinem Urteil. Zehn Jahre? Oh nein. Ich kann einen Monat durchhalten, aber nicht zehn Jahre. Du musst mich hier rausholen. Betrachte es als erledigt. Hey Stan. Du musst mich hier rausholen, Junge. Ich kann keine zehn Jahre absitzen. Dann lass mal kurz sehen. Ich kann die Seriennummer lesen. Ich werde sie aufschreiben. Gut. Seriennummer ist auch geschehen. Ich bin gleich zurück, Stan. Bleib wo du bist. Es ist immer wieder schön, jemandem zu sagen, der im Knast ist. So, ich sehe gerade auf die Zeit, aber das machen wir jetzt hier noch schnell. Schwuppdiwupp. Schlüssel anfertigen lassen. Komm zurück. Hallo. Müsste der hier sein? Können Sie mir einen Schlüssel mit dieser Seriennummer erstellen? Sicher. Ein Fesselschlüssel, was? Spezielle, extrem kalt gehärtete Version. Diese Fesseln werden gar nicht mehr hergestellt. Ich nehme an, Sie haben sie schon eine Weile? Oh ja, Sie sind schon seit Generationen in meiner Familie. Ja. Hätte die jetzt einen Beweis gewollt, hätte ich zumindest auch mitbekommen, wo ich den herkriege, weil da liegen ja noch Fesseln auf dem Boden. Na gut, wenn die so selten sind, kann ich die ja auch mal versuchen zu verkaufen, ne? Müsste ich eigentlich mal mitnehmen. So, rein da. Und die Befreiung machen wir natürlich erst beim nächsten Mal. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz. Platz für einen weiteren Gefangenen. Ah. Wo? Nee. Ja, vielleicht doch. Ich liebe dieses eingefrorene Feuer da links auf jeden Fall. Aber das sind auf jeden Fall ganz schöne Eiskulpturen, die die hier machen. Aber gut. Ich werde hier in den Tunnel wahrscheinlich mit Stern gehen. Es sieht aus wie ein geheimer Fluchttunnel. Aber natürlich, wie gesagt, erst beim nächsten Mal. Denn wir sind am Ende angelangt. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne das irgendwelche Zeug da lassen. Und wir sehen uns das nächste Mal über Monkey Island oder einem anderen Projekt von uns. Und ansonsten nochmal einen schönen Abend. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Untertitelung des ZDF, 2020